Sie hören Die gespaltene Gesellschaft von Jürgen Kaube und André Kieserling Gelesen von Frank Arnold Ein Hörbuch des Argon-Verlags Einleitung Die Angstlust an der Spaltung Keine Woche, in der nicht in den Massenmedien, in Talkshows und Zeitungsartikeln, aber auch in sozialwissenschaftlichen Beiträgen behauptet wird, es drohe eine Spaltung der Gesellschaft. Oder sie sei längst gespalten. Zumeist sind mit Gesellschaft dabei Nationalstaaten und ihre Bürger gemeint. Zwischen ihnen schwindet der Zusammenhalt, teils durch soziale Gegensätze, die immer größer würden, teils durch Individualismus, Egoismus und das wechselseitige Unverständnis sozialer Gruppen. Die Gegensätze, die dabei angeführt werden, erstrecken sich über die verschiedensten Dimensionen. Arm und reich, jung und alt, Frauen und Männer, Eingewanderte und schon länger Ansässige, Geimpfte und Nichtgeimpfte, Land- und Stadtbewohner. Es wird eine gesellschaftliche Spaltung zwischen so gut wie allem behauptet. Belege Die Präsidentin des Bayerischen Landtags sprach dort kürzlich davon, es sei die Aufgabe der Parlamentarier, jeder Spaltung unserer Gesellschaft entgegenzuwirken. Kaum dürfte sie damit aber gemeint haben, dass starke Gegensätze unerwünscht seien. Sie ist Mitglied einer Partei. Partei heißt in der demokratischen Praxis gegensätzlicher Teil. Was also meint sie, jenseits der politischen Aufgabe, Bürgerkriege zu verhindern, deren Gefahr gegenwärtig nicht im Zentrum der politischen Aufmerksamkeit steht? Der Schriftsteller Jochen Schimmang, der die Landtagspräsidentin in einem Beitrag für die Heinrich-Böll-Stiftung zitiert, befürchtet seinerseits, es gebe vielleicht bald gar keine Gesellschaft mehr, weil sie in zu viele, auf ihre Identität pochenden Teile, in ganz verschiedenen Welten lebende Atome zerfalle. Zeitdiagnosen, wir lebten in einer Gesellschaft der Singularitäten, wollen einen Verlust des Allgemeinen erkennen. Das gemeinsam Geteilte nehme ab. Aber wie verschieden können die Welten sein, wenn nach wie vor zusammen erzogen, gearbeitet, geliebt und gestritten, geredet und kollektiv entschieden werden muss? Ist beispielsweise die Anhänglichkeit an Moden des Konsums oder der identitätspolitischen Selbstbeschreibung ein Beleg für mehr Individualismus oder als Mode gerade ein Kollektivphänomen? Womöglich lässt sich der Satz, die Gesellschaft bestehe aus Individuen, Atomen, Singularitäten, leichter hinschreiben, als ein vollständig individuelles Leben geführt werden kann. Ein Nobelpreisträger der Wirtschaftswissenschaften, Joseph Stieglitz, schließt aus dem immensen Reichtum, den 1% der amerikanischen Bevölkerung genießt, bei abnehmenden Aufstiegschancen für alle anderen, ein Klassenkonflikt mit den restlichen 99% liege in der Luft. Die ökonomische Ungleichheit zehre den sozialen Zusammenhalt auf. Tatsächlich ist der Anteil des Einkommens, das im obersten Prozent der amerikanischen Haushalte erzielt wird, in den vergangenen 40 Jahren von 7 auf 16% gestiegen. Der Einkommensanteil der unteren 80% um 7% gesunken. Der Klassenkonflikt ist jedoch trotz zunehmender Armut und starker Plutokratie ausgeblieben. Eine Erklärung dieses Umstands wäre hilfreicher, als die Behauptung, ein solcher Konflikt stehe unmittelbar bevor. Andere meinen, eine gesellschaftliche Spaltungslinie entlang der Mediennutzung und des Digital Divide zwischen Fernsehzuschauern, Zeitungslesern und den sich ausschließlich in sozialen Medien bewegenden Bürgern zu erkennen. Die Pandemie habe die digitale Spaltung der Gesellschaft verschärft, meint auch die Bertelsmann Stiftung, weil die älteren Bürger in Umfragen mitteilen, das Internet sei für sie genauso wichtig wie zuvor. Und nicht etwa wichtiger. Dass nur ein Viertel der Personen, die älter als 60 sind, am Digitalisierungsschub teilgenommen haben wollen, ist für die Stiftung offenbar ein besorgniserregender Befund. Ein wenig liest sich das, als behaupte jemand, die Gesellschaft drifte auseinander, weil nur manche, aber nicht alle, nicht bereit sind, den Fernsehapparat einzuschalten.